Hallo meine Lieben und herzlich willkommen heute wieder bei selfinvesting.de. Ich bin's wieder, euer David und heute sprechen wir mal über die Aktionärskultur in Deutschland. Jeder weiß ja, dass die deutsche Vergangenheit mit Aktien, gerade mit solchen Volksaktien wie vielleicht die Telekom oder die Deutsche Post oder vielleicht auch Daimler nicht so die beste Vergangenheit hat und darüber möchte ich heute mal etwas berichten, wie eigentlich die Entwicklung der Aktionäre in Deutschland so aussieht, welche Auswirkungen das Ganze hat und ja, was eigentlich so passiert ist und was ich vielleicht erwarte, was eben ja in der Zukunft dort in dieser Richtung noch passiert und wir alle, die irgendwie so Finanzblogger sind oder eben mit diesem Thema zu tun haben und öffentlich auftreten, haben natürlich ein großes Interesse, außerdem Geld verdienen natürlich auch, dass die Aktionärskultur in Deutschland gestärkt wird und mehr junge Menschen es schaffen für ihr Alter und für ihre eventuell finanzielle etwas bessere Unabhängigkeit vorzusorgen und das geht eben mehr oder weniger durch Aktien. Deswegen starten wir mal direkt und das ist eine sehr interessante Grafik, denn hier sehen wir die Entwicklung der Aktionäre in Deutschland seit 1996. 1996 war ich noch gar nicht so alt, also auch gar nicht in der Lage Aktien zu kaufen, meine Eltern sowieso nicht, ist aber nicht so schlimm und wir sehen eigentlich hier das, was uns die ganzen Großeltern und so immer gerne erzählen, nämlich dass wir da einen ziemlichen Anstieg dieser Aktionärskultur eben hatten. Also viele Menschen besaßen hier reine Aktien, Einzelstück, hatten Depots eröffnet, früher musste man dann teilweise eben noch zur Sparkasse rennen und vor Ort am Schalter oder beim Berater dann eben sagen wir mal, lieber jetzt kaufen wir ein bisschen. Das war also online noch gar nicht so möglich, wie das eben heute ist, im Sekundentakt Unternehmen zu handeln, zu kaufen. Das heißt also im Schnitt hatte man einfach auch eine längere Haltedauer, als das vielleicht heute auch der Fall ist. Wie wir hier sehen, seit 1996 hier also steigende Tendenz, mehrere Millionen Menschen, bis 2000 dann mit dem Dotcom-Thema, ja, also da war das Ganze ja gehypt, viele Börsengänge kurz vorher, die Medien haben das Ganze mehr erfasst, Internet der Dinge, ja, Internet ist gestartet, Digitalisierung, also wir reden ja seit vor 2000 reden wir in Deutschland über das Thema Digitalisierung und digitale Prozesse und Geschäftsmodelle, die also eigentlich seit dem Jahr 2000 erst so richtig ins Laufen gekommen sind und das sieht man halt hier mit so einem extremen Sprung, dass man in einem Jahr über 1,2 Millionen mehr Aktionäre gezählt hat. Der Einbruch der Märkte kam natürlich unverhofft und dennoch ganz schön stark. Dementsprechend wurde auch wieder viel Kapital in Deutschland aus den Aktienmärkten abgezogen und das sehen wir halt hier. Der Rückgang ging noch, dieser ist dann schon deutlich hier auf 5 Millionen, unter 5 Millionen. Das hielt eigentlich so bis 2008, bis 2011 in dieser Spanne an, wo man dann einfach nur noch 3,62 Millionen Aktionäre gezählt hat und seitdem ist es wieder so ein bisschen steigend, 12, 13 mit guten Zahlen, leichter Rückgang, eigentlich so bis 2018. Seitdem ist die reale Tendenz von Aktionären, also Menschen, die jetzt wirklich einzelne Titel halten in Deutschland, gezählt und auch öffentlich sind und jetzt keine Unternehmen sind, also nicht institutionelle, wieder gefallen. Also 2019 hier nur noch 4,16 Millionen und da sind wir ja nicht mehr mehr auf dem Niveau von 98. Ja, das muss man eben sehen und da hoffe ich eben, dass diese Kurve nicht weiter nach unten geht, sondern dass das Thema Aktien weiter Fahrt aufnimmt. Ich hoffe gleichzeitig, dass nicht jeder jetzt auf diesen Hype aufspringt und jetzt irgendwie Technologieaktien kauft, Cloud-Themen, viele Unternehmen, die einfach gar kein Geld verdienen, weil auch ich erwarte halt hier irgendwo eine Korrektur oder einen gewissen Rücksetzer, ob der jetzt in einem Jahr kommt oder in vier Jahren, das weiß ich nicht. Da ist halt immer wichtig, gerade für neue Anleger, dass sie den Absprung dann schaffen. Grundsätzlich kann man solche Partys mitnehmen. Man muss eben nur wissen, was man damit macht. Ja, so hier habe ich das Ganze nochmal etwas beschrieben. Interessant ist es halt auch, Aktienbesitz hat auch immer etwas mit Einkommen zu tun. Das ist völlig klar. Wer noch 400 Euro verdient, dem fällt es natürlich als Erwachsener dann oder auch als junger Erwachsener schwer, davon noch viel Geld irgendwo wegzulegen und dann natürlich noch schwerer das weggelegte Geld. Dementsprechend ist es dann eben so, dass man eigentlich so drei, vier Kategorien aufstellen kann. Die erste ist eben der Verdienst bis 2.000 Euro im Monat, die zweite 2.000 bis 3.000 Euro, 3.000 bis 4.000 die dritte. Logischerweise über 4.000 Euro, also dann schon ein überdurchschnittliches Gehalt für den normalen Angestellten innerhalb von Deutschland. Und damit haben wir dann diese vier Klassifizierungen, was jetzt das Einkommen betrifft. Und das ist ganz interessant, wenn ich mir so eine Kennzahl hier angucke. 20,3 Prozent beträgt die höchste Quote an Aktionären innerhalb eines Bundeslands und das ist halt in Bayern. Vielen Dank, liebe Bayern, ihr habt es verstanden. Danke dafür, macht bitte weiter so. Mit 7,6 Prozent ist die niedrigste Quote in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn jemand aus Mecklenburg-Vorpommern kommt und gerne etwas über Aktienkauf oder Aktien sparen oder irgendetwas wissen möchte, der kann sich gerne bei mir melden. Lass uns mal drüber unterhalten, warum du das vielleicht machen solltest. Ansonsten ist auch so, ich selbst komme ja aus Sachsen, das ist halt auch spannend. Da liegen wir hier gut dazwischen, irgendwo bei ich glaube 10 bis 13 Prozent ungefähr. Das freut mich natürlich, dass wir da nicht das Schlusslicht sind, wie bei vielen anderen Themen. Also das passt schon. Und da sieht man eben, wie das eben auch zusammenhängt, auch teilweise geografischer Natur. Und es hat auch immer was damit zu tun, so ein bisschen zumindest kann man das beobachten, wo also börsennotierte Unternehmen stationiert sind, wo sie vielleicht ihren Hauptsitz haben. Hier zum Beispiel in Ostdeutschland ist festzustellen, dass nahezu kein Unternehmen seinen Hauptsitz hier, also kein deutsches aktiennotiertes Unternehmen, seinen Hauptsitz in den neuen Bundesländern, also in Sachsen und vielleicht Teile von Brandenburg und so hat. Das ist schon extrem, also geografisch. Und dementsprechend ist natürlich die Aktionärsquote in anderen, ja, in anderen Teilen Deutschlands einfach höher, weil natürlich auch Mitarbeiteraktien ausgegeben werden, ist völlig klar. Oder eben die Nähe zu einem so starken Unternehmen wie zum Beispiel vielleicht Daimler oder BMW anders besteht, als wenn du jetzt hier irgendwo in Dresden wohnst und dann erstmal, keine Ahnung, 414 Kilometer fahren musst, um die erste AG irgendwo zu sehen. Genau, also hier sieht man das nochmal, bis 2.000 Euro haben wir einen Anteil von 5% dieser Aktionäre, die eben hier oben so beschrieben sind. Wer zwischen 2.000 und 3.000 Euro verdient, darf sich zu dem Anteil von 13% gesellen. 3.000 bis 4.000 machen schon 18% der Aktionäre in Deutschland aus. Und natürlich Menschen, die über 4.000 Euro verdienen, haben mehr zur Verfügung und meistens verdienen sie auch mehr, weil sie finanziell einfach gebildeter sind. Das ist einfach ein Fakt. Aber es gibt auch viele, die viel verdienen und die Kohle am Straßenrand verbrennen. Aber dennoch ist dieser Anteil an Aktionären halt hier hoch mit 30% und das zeigt halt, dass der erste Weg auch zum Investment zum Beispiel für dich einfach ist, dein Gehalt, deine monatlichen Geldeingänge einfach zu steigern. Ich muss jetzt dazu sagen, ich hoffe auf steigende Zahlen, allerdings aufgrund von Corona und einigen, ja, damit wirtschaftlichen schlechten Dingen, die sicherlich noch hervorkommen werden in verschiedenen Bilanzen und natürlich die Nachrichten, die das dann alles ein bisschen pushen, glaube ich jetzt aktuell für 2020 keinen Anstieg der Aktionäre zu sehen. Das heißt, wenn man nur auf diese Zahl schaut, ist die Aktionärskultur dann, ja, gleichbleibend oder leicht rückläufig. Ich glaube nicht mit einem Zuwachs, ich glaube nicht an einen Zuwachs, aber ich habe insgesamt ein gutes Gefühl, weil sich halt eine sehr interessante Community zum Thema Aktien eben bildet oder auch die letzten Jahre schon gebildet hat. Es sind viele neue Dienste daraus hervorgegangen, richtig sinnvolle Angebote auch, ja. Und das lässt mich natürlich hoffen, weil es ist halt heute für einen Investor privater Natur mit auch mit wenig Geld, mit 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis 10.000 Euro, die er da vielleicht zur Verfügung hat oder einfach monatlich spart, viel, viel einfacher Informationen zu bekommen und diese eben auch zu verwerten und dann einzusetzen. Und deswegen glaube ich, dass langfristig das Potenzial an Aktionären einfach da ist. Junge Menschen müssen sich etwas überlegen, was sie mit ihrem Geld machen wollen, weil die Rente ist natürlich sehr ungewiss für unsere Generation. Und an der Stelle, ja, gebt euch Mühe und schaut bitte an. Ja, interessant ist natürlich auch, warum verzichten Menschen eigentlich in Deutschland auf Aktien, ja. Wenn ich jetzt in die Schweiz gucke, da haben wir auch einen Beitrag dazu gemacht, kommt bald auch ein Video noch, dann hat man schon von Grund auf, von der Staatsführung her, zum Beispiel in der Schweiz oder auch in Australien, auch in den USA teilweise, ja, da hat man richtige Sparprogramme, in die so Aktien mehr oder weniger gesetzlich auch eingebunden sind, ja. Das gibt es so in dieser Form hier nur bedingt oder gar nicht in Deutschland. Man wird auch kaum verpflichtet, private Vorsorge zu leisten, was ich verwerflich finde, ja. Und aktuell konnten unsere Großeltern zum Beispiel noch viel Rente mitnehmen und damit auch sicherlich noch gut leben, wie das dann bei uns ist mit dem Kaufkraftverfall, halte ich jetzt für schwierig, ja. Hier können wir halt sagen, Anlagen in Aktienfonds, an Aktien oder Aktienfonds sind mir zu umständlich, ja. Das sagten 48% aller Befragten gaben diesen Punkt an. Das finde ich schon krass, weil heute ist es einfach so einfach, Aktien zu kaufen, Fonds zu besparen und vor allem kostet es kaum Geld, ja. Dann sagen viele, ich habe generell momentan kein Geld für Aktien und Aktienfonds. Finde ich auch interessant und diese Leute wissen dann halt einfach nicht, dass man Aktien auch besparen kann, dass man einen Fonds auch besparen kann, weil ich glaube, 15, 25, vielleicht 50 Euro, die man irgendwo in ein, zwei Dinge oder ETFs oder so aufteilen kann, die hat doch jeder, ja. Nicht jeder, aber die meisten. Deutlich mehr als diese paar Prozent, die heute Aktionäre sind. Ich weiß zu wenig über Aktien und Aktienfonds. Das ist wiederum ein fast schon löblicher Punkt, denn ich halte es immer so, wenn du keine Ahnung von etwas hast, gib kein Geld dafür aus, ja. Erstmal Wissen aneignen, dann Aktien kaufen, völlig korrekt. Und Aktien und Aktienfonds sind mir zu riskant. So, Aktienfonds, okay, da kann man jetzt eben gucken, wie die Gewichtung ist, wie das Risiko ist. Eine Einzelaktie im Depot ist natürlich auch immer großes Risiko. Wer aber es schafft, über längere Zeit ein größeres Depot mit einigen Titeln, die auch relativ gleich gewichtet sind, aufzubauen, der schafft es halt auch, das Risiko stark zu minimieren. Wer sogar auf ETFs, Branchen, Länder oder den MSCI World oder ähnliches setzt, der kann monatlich ein Vermögen ansparen, ganz entspannt, ohne viel Stress. Und der hat auch wirklich kein großes Risiko, das muss ich mal sagen. Natürlich, ein Restrisiko besteht immer und jede Geldanlage, alles was du im Leben tust, auch wenn du früh aufstehst, setzt du dich irgendwie einem gewissen Risiko aus. Und so ist es halt am Aktienmarkt auch. Aber das Ganze ist bedingt und wenn man also an diesem Punkt hier viel Wissen anhäuft, dann investiert, dann kann man diesen Punkt mit 65% hier deutlich minimieren. Ja, für mich jetzt als Aktionär von Einzeltiteln, teilweise auch ziemlich viele Anteile bei verschiedenen Unternehmen im privaten Depot, ist das natürlich krass, diese Aussagen, die die breite Bevölkerung hier so vom Stapel lässt. Aber es stimmt schon im Umfeld, wenn man mit den Leuten spricht, man hört es immer wieder, Aktien, nee, das ist doch gefährlich, bist du verrückt, das ist Zockerei. Und ja, die Leute wissen halt nicht, wovon sie sprechen, sie kennen die Themen nicht. Ich kann dir nur empfehlen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, deine Informationen zu sammeln, dir Rat bei erfolgreichen Investoren zu suchen. Jeder hat irgendwo im Umfeld jemanden, der viel Geld verdient oder der vielleicht sogar an der Börse investiert ist. Hol dir dort die Tipps von Leuten, die Dinge schon geschafft haben, die du gerne schaffen möchtest und schau einfach, dass du bitte irgendwann ein Aktionär wirst. Viel Spaß dabei. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Lasst ein Like da, hier bei selfinvesting.de und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Euer David.